So, allöchen liebe Leute. Willkommen zurück zu einer weiteren Minecraft Mod und zwar Trouble in Minecraft. Ähm, ja, anscheinend muss man sich am Anfang irgendwie eine Box suchen und dann bekommt man einen Bogen und ein Schwert und 32 Pfeile. Und jetzt muss man sich anscheinend gegenseitig töten. Wobei ich mir nicht ganz so sicher bin, wie das genau abläuft. Aber anscheinend einfach aufschlachten und fertig. What? Ich wurde von meinem eigenen Pfeil getroffen. Ich bin so ein Held. Ja, ich habe mir wieder oben einfach die Box genommen und ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was ich hier tun soll. Ich will dem Zombie auch nicht entgegenlaufen, das ist ja auch uncool. Ja, ich wurde einfach gefragt, ob ich mal so ein Spiel spiele. Runter mit dir. Da ist irgendein Feuerwerk. Achso, der ist tot. Cool. Wenn man also stirbt, dann wird man zum Zombie. Das ist ja auch interessant. Dann sollte ich hier mal irgendwie langsam runter, oder? Das ist ja nicht cool. Na, ich bin ein Zombie. Okay, das war's. Ist jetzt da nicht so spektakulär, würde ich mal sagen. Einmal tot und das war's. Dann kann man nicht mehr was machen. Bei Splag konnte man noch zugucken. Bei dem anderen weiß ich jetzt gar nicht so genau. Tja, bin ich mir nicht so sicher, ob ich Zombie in Minecraft jetzt super toll finden soll. Ich hatte jedenfalls einfach mal eine Folge hoch. Ähm, falls der super toller Bedarf ist, kann ich ja weitermachen. Aber, so spektakulär finde ich das jetzt nicht. Einfach einmal jemand töten und das war's. Das ist jetzt nicht so der super tolle Mod, den ich mir so erhaft hatte. Oh, ist cool. Hier Lichtstrahl. Juhu! Ich wurde gesegnet. Ich bin immer noch gesegnet. Ich bin die ganze Zeit gesegnet. Ja, und ich segne jetzt das Zeitliche. Ähm, ich mach mit dem kleinen Mod hier gerade mal Schluss. Ein Part, wie gesagt, reicht. Auch wenn ich normalerweise gesagt hab, 5. Wenn mir das Spiel unglaublich nicht gefällt, der Mod. Aber der Mod ist ja hier wirklich total Käse, finde ich. Einfach nur, äh, sich kurze Box holen, abschlachten. Und wenn man tot ist, war's das. Ist ja jetzt nicht so unbedingt spektakulär, wie ich sagte. Aber hier sind ganz viele Gesichter. Ganz viele Blöcke. Tot. Spectated. Oh. Hier kann ich spektaten. Gut. Muss ich das verstehen? Muss ich nicht. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in irgendeiner anderen Minecraft Mod wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.